Nur look good in my short. Die ersten 8 Trütter. Ein Chassis mit einem Rockback. Zuerst nach rechts und dann nach links. Den rechten zur Seite, den linken ran, den rechten zur Seite. Jetzt setzen wir den linken Fuß hinter den rechten. Gewichtswechsel und zurück. Das gleiche jetzt spiegelverkehrt. Links zur Seite, rechts ran, links zur Seite. Ein Rockback mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, Gewichtswechsel und zurück. Diese 8 Schritte noch einmal. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte sind 2 Kickboy Cross. Wir kicken die rechte Fußspitze nach vorn. Setzen den rechten Fuß, nehmen den linken ab und kreuzen gleich den linken Fuß über den rechten. Das Ganze noch einmal. Kick, absetzen, rüber. Jetzt kommt ein Seitrock mit rechts. Den rechten Fuß zur Seite, Gewichtswechsel und zurück. Und ein kurzer Step mit einer Viertelrechtsdrehung. Unseren rechten Fuß schwingen wir hinter den linken, machen dabei schon die Drehung. Den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß nach vorn. Diese Schritte noch einmal. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Den linken Fuß nach vorn absetzen, den rechten dahinter einlocken. Jetzt setzen wir den linken nach vorn, locken den rechten ein und noch einmal den linken Fuß nach vorn. Jetzt folgt ein Rock vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn, Gewichtswechsel und zurück. Und ein Chaffeln mit einer halben Rechtsdrehung. Wir drehen uns nach rechts, setzen den rechten Fuß nach vorn, links ran und den rechten Fuß nach vorn. Diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Den linken Fuß nach vorn, den rechten dahinter einlocken. Jetzt kommt noch einmal. Den linken Fuß nach vorn, den rechten einlocken, den linken Fuß nach vorn. Und zum Schluss eine Jazzbox. Den rechten Fuß über den linken kreuzen, den linken Fuß nach hinten, den rechten Fuß zur Seite. Und den linken Fuß an den rechten ran. Diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und jetzt viel Spaß beim Tanzen. Und jetzt viel Spaß beim Tanzen. 2, 3 und 4, 5, 7 und 9. 3, 4 und 4, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 7, 8. 5, 6, 8, 8. 5, 9. 7, 9. Vielen Dank.